Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Reliog, Dragon's Dogma 2. So, genau hier haben wir aufgehört, wir haben das Portal durchschritten nach Batal und jetzt wollte ich einfach mit euch da zusammen hingehen. Hier sollen ja die Gegner ein bisschen heftiger sein und ich will das einfach mal ausprobieren. Wen das interessiert, der kann das natürlich gucken. Das ist alles so ein bisschen Wüste jetzt, ein bisschen anderes Gebiet. Ja, ich bin jetzt 21, wollen wir schon mal einen anheuern? 21 Ja, mal schauen, ob wir das hier überstehen, hier. Okay, das ist immerhin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Ja, wir denken, es ist, wo wir das hier finden können, was wir sehen können. Bye, bye. Aha. Dir wurde ein Ziel. Gehe zum Bau der Felsenmaus. Felsenmaus. Ja, ich bin jetzt. Ei, 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 ei. Ja, das ist ja cool. So, da bin ich mal gespannt, wie die Gegner jetzt so sind. Die sollen ja ein bisschen heftiger sein. Knackerhorn. 200G. Knackerhorn. Ja, das ist ja, das geht ja. Also Stufe 20 sollte man schon sein, glaube ich. Ich bin jetzt 21, meine Truppe noch nicht. Aber, naja, größere Gegner. Knackerhorn. Wegen ist jetzt auch 21. Wir sind jetzt zu zweit 21. Und die anderen beiden sind 20. Was haben wir da? Da haben wir einen Magier. Brauche ich nicht. Meine Birgit macht das ganz gut. Ich habe ganz bewusst, ich hatte Birgit mal aufgebrät zur Erzmagierin. Habe aber dann wieder zurückgerudert, damit sie uns auch heilen kann. Da ist die normale Magierin besser. So. Ich habe ganz bewusst, dass ich dich nicht verletzen kann. Das war's. Knackerhorn, davon haben wir aber jetzt schon genug, Knackerhorn. 450G. 500G, immer gern gesehen. Was haben wir hier? Oh, das ist ja einer von meinem Schlag. Ein Sturmangriff. Ja, Fleisch. Oha, oha, ich need healing. Ja, ein bisschen healing ist gut. Und da kommen Schuhe. Hier ist ein Lagerfeuer. Oh, Ölpfeil. Hier können wir rasten. Wie sieht's denn aus? Müssen wir das schon? Oh, Gegenstände. Lese. Lese. Okay. Tja, wie machen wir das jetzt? Machen wir jetzt, gehen wir jetzt zusammen weiter? Es macht ja Spaß. Ich möchte euch natürlich daran teilhaben, an dem Feeling. Wenn sich das eben ein bisschen zu doll wiederholt, dann müssen wir das ein bisschen kürzen. Wie sieht's denn da aus? Wie sieht's denn da aus? Wie sieht's denn da aus? Ah, ja. Wir haben schon ein kleines Stück, aber das wird jetzt so weitergehen. Ja. Sonst mache ich hier einen Break und ich gehe dann weiter und wir sehen uns in Badal. Und ja, warum nicht? Kürzen wir das mal ein bisschen ab, versuchen wir das mal ein bisschen zu stauchen. Dann mache ich hier einen kleinen Break, dann mache ich hier sozusagen eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns gleich, wundert euch nicht, wenn da ein Schnitt ist in Badal, wenn dann eben, wir werden jetzt weiter Gegner gegen Gegner kämpfen und so weiter. Und das könnte ein bisschen langweilig sein. Alles klar, in diesem Sinne, bis gleich. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe hier einen kleinen Schnitt gemacht. Wir sind, ich bin hier durch das Gebiet, hier dieses Stück, habe ich hier, da haben wir, bis hier ungefähr sind wir gekommen und dann bin ich hier weitergelaufen und habe mich halt hier durchgeschnetzelt. Oh, Höhle der Verehrten. Ah, Bagbatal. Okay, das ist noch nicht das. Wir haben einen getroffen, der hat uns gesagt, wir sollen zum Fels der, hier zu diesem Gasthaus. Seid gegrüßt. Zu Taverne, super das. Na, dann mal los. Was ist das denn hier? Ein bisschen Rippen. Bau, der Felsenmaus. Okay. 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 Her Majesty, Empress Nadinya, has long been troubled by this custom, but a practice so ancient isn't easily overturned. Many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather. I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns, I would be glad to offer you a residence permit. Ja. Das hört sich doch gut an. Hilfe zu sagen. Hilfe zu sagen. Hilfe zu sagen. Take this then. Simply show it to one of the sentries and you'll be granted Entry to the capital. Oh. And if you encounter any troubled Batalia along the way, I bid you assist them. Batalia. Okay. Batal, Aufenthaltserlaubnis. Super. Nation der strahlenden Flamme. Okay, abgeschlossen. Ja, ich hab jetzt denn noch ein Quest, ähm. Da soll ich den Bildhauer hier irgendwie treffen? Was haben wir denn hier alles? Äh, ich muss meine Vasalen aufrüsten. Das steht mir noch bevor. Haben wir, was haben wir hier? Wir haben das Gasthaus. Oh, ein bisschen erkunden. Da können wir noch zwei neue Leute rekrutieren. Was ist das? Ah, es bleibt ja spannend, ne? Gut. Wie sieht's denn aus hier mit unserem Auftragsbuch? Ah, nutzt deine Aufenthaltserlaubnis, um ins Herz von Bak-Batal vorzudringen. Den Bildhauer aus Bak-Batal. Den sollen wir auch noch besuchen. Flackernde Schatten. Okay. Tja, es bleibt ja spannend. Meine Güte. Tja, ein ganz neues Gebiet hier. Toll. Supergut. Gut. Uff. My Packs grown rather heavy. Let's see. What can we do without? Okay. Oh, das ist der Händlerbezirk. Was ist jetzt? Ambrosius. Ambrosius. Flackernde Schatten. Du hast von einem geheimnisvollen Labor erfahren. Ja. Da ist der Ochsenkarren. Bak-Batal. Hauptstadt von Batal. Ah, okay. Bak-Batal. Was ist das? Einige von ihnen gefunden wurden, nicht lange nach links von Agamemn. Hier ist die lustige Sache. Die Dinge sieht ganz nahe real. So real, in fact, dass die Verkaufler für sie bereit zu bezahlen. Aber dann habe ich einen. Ich denke, ich werde nur noch mehr von ihnen sein. Haben wir hier eine Unterkunft? Ist das eine Unterkunft? Lampenöl habe ich aber schon genug, wa? Kann ich hier rein? Gewissen halten. Wir gehen mit der Arisen, wersoweit die Reise uns dauert. Willkommen und gut getroffen. Wenn Sie eine Unterkunft suchen, wie Sie sich behaupten, dass Sie uns sehr interessiert haben, dass Sie uns sehr interessiert haben. Oh, 9999. Ich glaube, es hackt, wa? Mein Gott. Dann mache ich lieber ein Lager aufschlagen. Lager verwalten. Einlagern. Das sind so die Utensilien, die ich gesammelt habe. Tja. Always a pleasure. So, ich bin ganz gut aufgestellt. Also, ich muss jetzt nicht rasten. Jetzt ist noch vielleicht der Bildhauer. Den Bildhauer noch mal anhauen. Den Bildhauer anhauen. Ah, ja. Hier ist der Ochsenkahn. Jetzt gucken wir uns das mal an. Zurück zur Weltkarte. Zack. Zack. Karte. Weltkarte. Na, wo ist denn das? Das ist nicht... Ah, da. Die Inspiration eines Bildhauers. Besuche Fulvio, den Bildhauer aus Batal. Mal. Müsste er hier, hier in der Nähe sein? Da ist der Bildhauer. Fulvio's Atelier. Aha. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Der Clark hat dir? Oh nein, er hat er, nicht wahr? Ich bin sorry. Ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr sorry. Ich habe nicht gegessen. Ich habe es nicht gegessen. Ich habe es nicht gegessen. Ich glaube, dass ich wieder einmal oder zweitens bin. Aber es ist nicht so, dass ich mich überrascht habe. Ich habe einfach nicht gewonnen. Ich habe einfach nicht gewonnen. Ich sage Ihnen, diese Arrangement hat in meinem Gelegenheit aus dem Beginn. Ich bin froh, dass der alten Mann mein Talent genug hat, um mich zu verabschieden. Es ändert mich nicht die Fälle. Ich kann nur die Fälle, die ich gesehen habe, die ich gesehen habe. Das macht es eher schwierig, given die Aufgabe. Sie sehen, Sie sehen, Sie sind ziemlich strappig. Würden Sie mich zu einem Griffith? Es wäre gut wert, die Probleme. Und greifen. Wo soll ich den denn zaubern? Aha. Ja, das sollte kein Problem sein. Ein Kampf mit dem Greifen dauert ewig. Versteiner? Versteiner? Ja. Versteiner? Es ist nicht derart, der auch legendär von Ihnen. Ich habe nur gefragt, dass Sie sich einفroren in meinem Bildung das gut ausführen können. Dann soll ich einmal zu erneuern. Ich schaue. Zuhör mich auf dem Fuß der Guerco-Mountain-Range nach der Reststown. Die Inspiration des Bildhauers. Mein Gott. Jetzt geht es los. Aber das ein anderem Mal. Gehen wir hier erstmal wieder raus. Tja. Kopf der Medusa. Greifen. Es bleibt spannend. Was haben wir sonst noch hier? Aufträge. Trifte ich bei der Anfertigung einer Skizze. Tja. Flackernde Schatten. Ambrosius. Tja. Jetzt haben wir wieder so ein kleines Questloch. Aber da schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob ich dann wieder ein bisschen offline mache. Ich glaube schon. Ich muss erstmal meine Vasalen auf 22 auswählen. wählen und so. Das kann ich aber auch offline machen. Okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind jetzt endlich nicht im Batal. Weiß ich nicht. Wie heißt das Dorf hier? Nochmal gucken. Nochmal gucken. Backbataal. Backbataal. Und da ist, da soll ich ihn treffen. Östlich von Ruhestadt. Okay. Dann muss ich ja wieder zurück und so. Also es bleibt interessant. Es bleibt spannend. Für mich ist das ein total interessanter Spiel. Ich hoffe, ihr habt da auch so viel Spaß dran. Also spielt es selber oder guckt zu. Lasst euch da vom Gameplay überzeugen, sage ich mal. Das macht ja wirklich sehr viel Spaß. Alles klar. In diesem Sinne, euer Captain Reliok. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Captain Reliok. In Hamburg sage ich mal Tschüss. Tschüss.